herzlich willkommen und viel spaß beim video wenn man doch doch das war schade das war schon alles richtig nur wenn ab und zu die dinger nicht reagieren und du gibst es einfach an dann zählt es nicht als beweis jetzt hat es bei uns gezählt als beweis aber dmf hat nicht reagiert mysteriös mysteriös so ich packe ein thermometer drei sanity pill mehr habe ich nicht muss gleich kaufen warte was hat die schon reingetan nix gut dann bewegungssensor pack ich rein zwei starke taschenlampen mehr habe ich nicht zwei räucherstäbchen salz kurzer fix zu jürzig habe ich welcher städtchen bei ja zwei stück oder entweder rede zahlen ja nicht mit uns oder wir hören hier nicht doch wieder nachgekauft okay aber packt nichts ein ich mache alles was fehlt fehlt noch was ich weiß nicht ob der kopfkameras haben wird da habe ich nicht zwei schlimm thermometer bewegungssensor ich weiß nicht wollen wir die anderen sensoren mitnehmen oder nicht brauchen wir nicht zwingen okay dann such mal einen job aber wieso bist du reingegangen ohne pillen zu nehmen habe sie vergessen ist mir dann auch aufgefallen hat sie drinnen war ja vor allem du bist reingegangen ich in dem moment bitte tiktak nehmen und dann hat sich schon gehandelt ich habe leider nur anfänger jetzt gerade irgendwie okay 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 hilfe jacim verhält sich komisch schnucki beeindruckt gott sei dank bist du da er verhält sich komisch ja wer der geist na justin wer denn sonst ja der geist bewegungssensor räuchern und grotzer fix james thomas james thomas james thomas james thomas also du hast thermometer genommen ok dann nehme ich imf und foto ok dann nehme ich wieder videokamera mit wo bist du wo bist du nicht hier hier ne ja ja das dauert meistens ein bisschen aber ich war auch ein step bist du hier ja aber da können wir wieder keine op sehen wegen der den scheiß fließen ey wo bist du mach mal warte da aber ich komm seit unter 10 ja es dauert ein bisschen hat vorhin auch gedauert ähm ich habe einen schritt hinter mir gehört ups kannst du dich entscheiden verfolgst du mich wieso verfolgen nicht immer die geister doch ich habe ich glaube wir haben buch buch foto buch 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 da hinten ist ein buch Warte, machst du ein Foto? War das gerade Box? Ja. Box und... Dingsbums da, ne? Buch. Wie alt bist du? Komm mal kurz raus. Ich will nach Orbs gucken. Es könnte sein, dass es in der Küche ist, weil da ist die Box. Äh, okay. Ich erkenne viel. Ja, ist anscheinend die Küche, weil das Räuchern hat ge... Achso, du warst in beiden Räumen. Ich stelle mal die Kamera kurz um. Oder so. Ich gehe auch dran. Wollte gerade nach Orbs über deine Kamera gucken, aber du hast dich zu, hast dich bewegt. Jetzt. Jetzt, jetzt. Ja, ein bisschen nach links. Nein, ich sehe leider keine Orbs. Da ist es überbelichtet, wie immer. Also, da kenne ich leider nichts. Ich habe die Kamera noch mal umgestellt. So, vielleicht besser? Nicht wirklich. Nee, lass das. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich schaue mal, was geht. So habe ich den gestillt. Ob es gehen, gar nicht. Also, EMF. Oh, da bist du ja schon. Also, EMF geht. Ah, entschuldige. Fingerabdrücke könnten gehen. Nimm ruhig, alles gut. Und Gefriertemperatur könnte gehen. Haben wir schon Salz mitgenommen? Fingerabdrücke. Was, Speckner? Hast du schon fotografiert? Ich jetzt, ja. Hört ihr mich? Ja. Knochen habt ihr noch nicht gefunden, oder? Nee. Kann jemand im Keller gucken? Ich gucke oben. Ja. Habt ihr den Knochen? Super. 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 Haben wir alles dann? Ähm, Bewegungssensor hat noch nicht ausgeschlagen, steht hier. Und Gruzifix fehlt. Ich habe ein Kreuz und ich werde es benutzen. Oh, die haben schon einen. Die haben ja auch krabbeln, die vielleicht ganz unten hängen. Oder? Ja, aber die stehen meistens am Amfang. Achso. Deshalb dachte ich, ich hänge es mal hier hin. Glaubst du, es ist Bart jetzt doch? So aus. Ja, aber er hat ja hier ins Buch geschrieben und hier geredet. Guck mal. Damit wir zum Teil beide Räume benutzen. Ihr Bewegungssensor im Bad hat gezählt. Oh, das heißt, wir müssen einen Gruzifix am besten ins Bad schmeißen. Wir müssen da nur noch spawnen. Das war's für heute. Hab ich ihn jetzt gehindert, indem ich das Kreuz reingeschmissen hab? Nee. Das Buch ist berühmt. Wow, Justin ist mit nem Bild drin, aber Interaktion, ey! Ey, geil! Justin ist eine Interaktion. Zeig dich! Wo bist du? Leg ein Stripki hin! Zeig uns deine Waffe! Ich weiß, die Tür hat er jetzt geöffnet. Das war ich. Achso. Wie alt bist du? War nicht das Brett benutzen. Wo bist du? Der hat doch in der Box geredet. Red doch mit der Box Sanity. Ja, ich wollte doch mal gucken, ob der überhaupt noch reagiert. Ja, Sanity runter. Wer bist du? Wie alt bist du? Geht nicht mehr. Hast du butt gemacht? Mach's aus. Kaputt, kaputt. Zeige dich. Zeige dich. Zeig dich. Geist. Komm, ich komm mit dir kuscheln. Zeig dich. Sorry. Hilf! Warum? Ich weiß nicht. Ich stand vor ihm auf der Treppe. Der ist zweimal durch mich durchgelaufen. Ja, weil Sanio seine Sanity. Ach. Kein Wunder will dir mit uns nicht spielen. Aber hey, es ist alles fertig. Sanio hat einfach seine Sanity extrem runtergepusht mit dem blöden Brett. Okay, ich hoffe, Sanio hat alles eingetragen. Ich glaube ja. Foto habe ich schon gemacht. Ich habe ein Foto von dir. Ey, was war's denn noch mal? Buch, Box und Fingerabdrücke. Genau, Spirit. Ich habe ein Foto gemacht, aber das passt hier nicht mal rein im Buch. Ich habe auch eins gemacht. Von Sanio? Ne, wo der die Treppe hochgelaufen ist. Ja, ich habe eins von Sanio gemacht. Wir da in der Ecke. Der Kopf ist in der Wand drin. Okay. Ah, Mann. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schräger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nichts zu verpassen. Ansonsten. Bye. Eure Nike. Absatz. Ich weiß es mal. Ich will das Video gefallen.